Willkommen zum ZT Talk. Heute geht es um den Spittelhof. Bei mir zu Gast ist Emil. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Wo warst du? Ich war im Spittelhof in einem Kurs für eine Handytasche, um das Handy zu transportieren. Was hast du dort erlebt? Also, dass sie den Stoff ausgesucht haben, zweck geschnitten, dann haben sie zusammen geneigt, ich habe Fotos gemacht, Fragen gestellt. Okay, und was haben die anderen dort gemacht? Ja, sie haben die Stoff ausgesucht, zugeschnitten, geneigt, wenn ich zu ihnen bin, haben sie die Fragen geantwortet, Pausen haben sie noch gemacht. Ja, und wie fanden die anderen den Kurs? Also, so von den Rückmeldungen haben sie ihn sehr cool gefunden. Jemand hat gesagt, dass sie es auch cool findet bei so einem Spittelhof, weil man kreativ sein kann und Leiterin oder ja. Sie hat gesagt, dass es eigentlich sehr toll ist bei so einem Spittelhof-Kurs, weil jeder kann mit etwas nach Hause gehen. Ja, eben ja, wir sind ja hier beim ZT und wir können auch mit etwas nach Hause gehen, nämlich mit Erfahrung. Ja, danke, dass du dabei warst, hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.